Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deine heutigen Tarotkarten. Los geht's! Heute, wieder, findest du dich vielleicht an einem Scheideweg wieder, an dem dein Bedürfnis nach Disziplin mit deinen persönlichen Beziehungen kollidiert. Diese Spannung muss kein Stolperstein sein. Nutze stattdessen deinen klaren Verstand und deine starke Verbindung zu deinen Mitmenschen, um sie zu überwinden. Denke daran, dass die Beziehungen zu deinen Freunden und deiner Familie dein höchstes Gut sind. In Zeiten der Herausforderung sind diese Beziehungen dein Zufluchtsort. Zeige deine Wertschätzung für deine Lieben offen und stärke das Fundament aus Unterstützung und bedingungsloser Liebe, das dich trägt. Vielleicht fühlst du dich heute überwältigt und wirst zur Vertrauensperson für die Probleme anderer. Es ist zwar nobel, für andere da zu sein, aber vergiss nicht, dein eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Es ist wichtig, dass du Grenzen setzt und dir Zeit für dich selbst nimmst. Beschäftige dich mit Aktivitäten, die deinen Geist verjungen. Egal, ob es sich dabei um ein einfaches Vergnügen oder eine kleine Belohnung handelt, diese Art der Selbstfürsorge ist besonders nach einer anstrengenden Woche wichtig. Denk daran, dass Selbstfürsorge kein Luxus ist, sie ist eine Notwendigkeit, um dein Gleichgewicht zu halten und auf gesunde Weise für andere da zu sein. Berufliche Herausforderungen zu meistern kann entmutigend sein, wieder, aber es ist wichtig, sich diesen Hindernissen zu stellen. So zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, ist keine Lösung. Es ist zwar klug, andere um Rat und Unterstützung zu bitten, aber denk daran, dass wahre Zufriedenheit von innen kommt. Nutze diese Zeit, um darüber nachzudenken, was dich wirklich glücklich macht und wie du deinen beruflichen Weg mit deiner persönlichen Erfüllung in Einklang bringen kannst. Du hast die Kraft und die Unabhängigkeit, dir deinen eigenen Weg zum Glück zu bahnen. Die Intensität in persönlichen Interaktionen könnte heute sogar noch höher sein, als du es gewohnt bist, wieder. Wenn du dich bei einer Verabredung oder in einer Situation befindest, in der die emotionale Temperatur steigt, denke daran, deinem Wohlfühlniveau treu zu bleiben. Hüte dich vor Manipulationsversuchen und vertraue deinem Instinkt. Wenn du dich wohlfühlst und mit dem Verlauf der Dinge zufrieden bist, dann solltest du den Moment unbedingt genießen. Allerdings solltest du immer dein eigenes Wohlbefinden in den Vordergrund stellen und dich nicht unter Druck setzen lassen, das Tempo von jemand anderem mitzugehen. Diese Woche hält der Kosmos eine wunderbare Überraschung für dich bereit. Eine schimmernde Aura der Positivität wird sich ihren Weg durch dein Leben bahnen und jeden Moment mit einem neuen Gefühl von Helligkeit und Möglichkeiten erfüllen. Egal, ob es sich um eine zufällige Begegnung, eine unerwartete Gelegenheit oder einen lang erwarteten Durchbruch handelt, mach dich auf eine wunderbare Wendung gefasst, die deinen Geist beflügelt und dein Herz mit Freude erfüllt. Nimm diese positive Energie mit offenen Armen auf, denn sie verspricht aufregende Abenteuer und transformative Erfahrungen am Horizont. Vertraue auf die wohlwollende Führung des Universums und lass diese neu gewonnene Positivität deinen Weg erhellen. Wenn der Mond in dein Zeichen zieht und Mars in den Wassermann wechselt, stehst du an der Schwelle zu einer belebenden Zeit. Dein natürlicher Antrieb und dein Ehrgeiz erhalten einen deutlichen Schub, was diese Zeit zu einer idealen Zeit für innovatives Denken und unabhängiges Handeln macht. In den kommenden Wochen kannst du deine Ziele mit neuem Elan verfolgen, aber vergiss nicht, anpassungsfähig zu bleiben. Flexibilität, vor allem bei der Verfolgung deiner Träume, ist der Schlüssel, um das Beste aus dieser dynamischen Energie zu machen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarot-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarot-Lesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! In der 10 der Kelche geht es um emotionale Erfüllung und den Reichtum von Beziehungen. Diese Karte zeigt eine Zeit starker familiärer und freundschaftlicher Bindungen an, in der Liebe und Harmonie vorherrschen. Sie unterstreicht, wie wichtig es ist, die Unterstützung und Zuneigung, die wir von den uns nahestehenden erhalten, anzuerkennen und wertzuschätzen. Heute soll die Karte uns daran erinnern, diese wichtigen Beziehungen aktiv zu pflegen. Indem wir unseren Leben Zeit und Mühe widmen, steigern wir unser Gefühl von Freude und Zugehörigkeit. Diese Karte unterstreicht den Wert starker emotionaler Bindungen, die uns Erfüllung und Glück in unser Leben bringen. Die 6 der Stäbe symbolisiert Leistung, öffentliche Anerkennung und den Erfolg, der auf Entschlossenheit und harter Arbeit folgt. Sie deutet darauf hin, dass sich deine Bemühungen nicht nur auszahlen, sondern auch von anderen wahrgenommen und beklatscht werden. Diese Karte ist eine positive Bestätigung dafür, dass deine Hingabe und dein Fokus dich zum Erreichen deiner Ziele führen. Die Zuversicht, die du bei deinen Bemühungen an den Tag legst, dient anderen als Inspiration und trägt zu deinem Aufstieg bei. Die 6 der Stäbe ermutigt dich, stolz auf deine Erfolge zu sein, rät dir aber auch zu Bescheidenheit und erinnert dich daran, dass deine Reise auch nach deinem aktuellen Erfolg weitergeht. Die Mäßigung steht für das Streben nach Ausgewogenheit und Mäßigung in verschiedenen Lebensbereichen. Diese Karte rät dir, maßvoll vorzugehen und die verschiedenen Elemente deines Lebens auf harmonische Weise zu verbinden. Sie ruft zu Geduld und Mäßigung auf, besonders in herausfordernden Situationen, und empfiehlt, extreme Reaktionen oder Entscheidungen zu vermeiden. Mäßigung erinnert dich daran, ein ruhiges und gelassenes Verhalten beizubehalten, um eine friedliche und ausgeglichene Denkweise zu fördern. Selbstbeherrschung und das Streben nach Ausgeglichenheit sind der Schlüssel zu einem erfüllten und ausgeglichenen Leben. Wenn diese drei Karten zusammen betrachtet werden, lautet die Gesamtbotschaft, in allen Lebensbereichen Harmonie und Gleichgewicht zu finden. Die 10 der Kelche betont die Freude und Erfüllung, die sich aus tiefen, nährenden Beziehungen ergeben. Die 6 der Stäbe weist auf die Belohnungen von Hingabe und harter Arbeit hin, gepaart mit dem Bedürfnis nach Demut. Die Mäßigkeit bringt die Botschaft des Gleichgewichts und unterstreicht die Bedeutung eines maßvollen und beständigen Vorgehens sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Die heutige Tarotdeutung deutet darauf hin, dass du eine harmonische Mischung aus Erfolg und emotionaler Zufriedenheit erreichen kannst, wenn du dich auf die Pflege deiner Beziehungen konzentrierst, deine Ziele nicht aus den Augen verlierst und die Herausforderungen des Lebens mit einem ausgewogenen Ansatz meisterst. Es erinnert dich daran, deine Erfolge zu feiern und gleichzeitig die einfachen Freuden der Liebe und Verbundenheit zu schätzen. Wenn du diese Elemente in Einklang bringst, kannst du einen abgerundeten und erfüllten Tag erleben. Möge dein Tag durch Harmonie, Anerkennung für deine Bemühungen und ein starkes, zentriertes Gefühl für dich selbst bereichert werden. Anerkennung 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 für dich selbst bereichert werden. Vielen Dank.